Einmal das Kreuz bitte Äh das Kreuz AAAAAH Damit hab ich jetzt noch gar nicht gerechnet Hahahaha Was soll das? Power 2 Unity Erstmal hättest du das richtig richten So liebe Leute Da bin ich mal zu einem neueren Projekt Ich bin ja mal gespannt wie das ist Ich kenn das Spiel selbst hier noch nicht Mit Schmatze Was musst du denn da? Maze natürlich Also herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Runde Let's play Indie-Horrorspiele Das Spiel ist ja schon etwas älter und etwas bekannter Press Aniki Huch Moment Der Aniki war leider irgendwie auf dem Desktop So Set Crosses Wer das Licht hier ausmacht der ist auch dumm Find a way out of this shield Ach du Kacke Und wie muss ich denn da laufen? Oh das Licht das flackert so eklig Einmal rechts Bisschen lauter Rechts dann nochmal rechts Und äh Kein Plan Ich lau einfach drauf los Ah Hier ist ein Kreuz Ach guck mal ich will Kreuze setzen Ich seh nichts mehr Hallo? So What the fuck So jetzt aber Einmal das Kreuz bitte Ey das Kreuz Damit hab ich jetzt noch gar nicht gerechnet Was soll das? Oh Fickt euch doch Ah ich hab sogar eine Map Oh Gott Dann war ich da jetzt schon Ach du Kacke Wie soll ich denn jetzt? Moment Rechts dann Rechts geradeaus Wo ist denn überhaupt der Ausgang? Ich seh gar keinen Ausgang Ist das unten links der Ausgang? Wenn ja dann muss ich Da kommt man gar nicht hin Doch da kommt man hin Äh Sogar relativ einfach Ich rechts Nochmal rechts Geradeaus Rechts direkt rum Quer durch den Raum Und dann immer rechts halten Ja Das mach ich So Ach erschreckt mich doch nicht so Ey was ist denn das für ein Kackspiel? Was? Das klingt seltsam Also okay da bin ich jetzt hier Da muss ich einmal hier rechts rum Und dann hier Haben wir's doch schon Dann bin ich jetzt da Muss äh Bei der Wand Bin ich jetzt Genau dort Muss rechts rein Hier rein da 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 hessliches kind da einfach vorbei und immer an dieser treppchen bildung halten jetzt bin ich hier voll falsch gelaufen och gott o gott o gott gütiger hä wo bin ich jetzt ich bin doch rechts gelaufen um die ecke Dann kann ich einfach hier lang Hier bin ich auch falsch Hä? Willst du mich rollfen? Da müsste ich doch lang, oder? Dann kann ich einfach hier lang Dann nun davon Ja genau, hier müsste ich jetzt richtig sein Immer links halten Oder so In der Mann, oh Ey, du hässliches Kind Bin ich schon hier unten irgendwo? Jetzt müsste ich wieder rechts, oder? Mal einfach ein Kreuz Ah, jetzt habe ich dieses Ding Das müsste das sein Nee, das müsste das sein Da muss ich einmal hier lang Oder auch nicht Ich habe mich Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin Okay, ich habe es Wenn das jetzt hier auch so ein Blut Blut? Blut Blut Ah, Mann, oh Ah Hier müsste ich aber bald richtig sein, oder? Hier ist dieser komische Ist das der Kasten? Das Restli Nee, ist es nicht Nee, ist es nicht Es ist eine Ecke Ich habe mich verlaufen Na, großen Dank aber auch Tolle Karte Tolle Karte Blut, Blut, Blut Blut, Blut Ah, jetzt bin ich da richtig Ah, jetzt bin ich da richtig Okay, jetzt habe ich es Jetzt bin ich da, wo ich hin wollte Hallo? Oh Gott, was war das denn gerade? Grafik Bugs Okay, hier geht es nicht raus Das ist aber der Kasten, zu dem ich wollte Ganz unten Das heißt, es ist nicht der Ausgang Wo ist der Ausgang? Das ist jetzt eine gute Frage, oder Leute? Was ist der Ausgang in diesem Labyrinth? Gibt es überhaupt einen Ausgang? Wenn ich jetzt ganz nach oben laufe Da habe ich nichts von Gar nichts Überhaupt nichts Hm, ich mache es einfach trotzdem Tralala Tralala Tralali Tralala Du bist ein hässliches Kind Du hast so komisch den Haarausfall Komisches Mädchen Erschreckt mich nicht jedes Mal Oh, jetzt geh doch mal an, du scheiß Lampe Lampe Jawohl Hier gibt es aber auch nichts Tolles Ein Schlüsselloch Hä? Das Spiel verwirrt mich Was soll denn das jetzt werden? Brauche ich einen Schlüssel dafür, oder was? Och, nö, das ist jetzt nicht dir in Ernst, oder was? Das schaffe ich doch nie So, ich mich anstelle Na, wenigstens kann man hier hoffentlich nicht sterben Sprinten kann man auch nicht Man kann nur langsam laufen und sich von diesem Halb-halosen Mädchen erschrecken lassen So, der Schock wirkt aber nicht mehr Das hättest du wohl gern Einmal hier Kreuze markieren So Äh, wo bin ich jetzt? Hä? Achso, das ist ja genau Das ist das Ding Ich laufe einfach einmal geradeaus Zur anderen Seite Da kommt man auch irgendwie hin Oder so Einmal genau Ganz rüber zur anderen Seite Bis diese komischen Einzelräume kommen Dann hoch, dann rechts Und dann gehe ich mal unten gucken Ob da irgendwo ein Schlüssel rumliegt So Ich laufe jetzt geradeaus Immer der Blutspur hinterher Tralala Tratralala Tratralali Tratralala 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 Licht geh an Ich laufe sonst nicht weiter So Scheißmann, sochst zu sehr in die Hosen Sometimes you can see more without any lights Trust me Äh, hä? Bitte, was? What the fuck ist das denn? 0732 0732 Aha 0732 Was ist das denn? Das kann ich nicht benutzen Das sieht aber seltsam aus Hm Licht geh an Okay, hier gibt's nichts Tralala Tratralala Tratralali Tratralala 0732 0732 0732 0732 0732 Ich muss mir die Kombination mehr kennen Und hier ist nichts Natürlich, war ja klar Hier ist nichts Aber da geht's lang Und dann ist da rechts Was Und zwar geht's hier Hoffentlich weiter Ich wette, hier liegt was rum Tralala Tratralala Tratralali Tratralala Hier ist natürlich auch nichts Das freut mich So sehr Moment, kann man hier vielleicht Nichts ausmachen? Nee, kann man nicht Hä? Das ist ja alles Irgendwie Verwirrend Und viel zu weitläufig Und groß Und Mami, das macht mir keinen Spaß Da scheiße ich mir doch noch in die Hose Jetzt irgendwas anderes kommt Außer dieses komische Mädchen Diese komischen Effekte Die nerven mich jetzt aber auch gerade Da habe ich Angst, dass gleich irgendwas Böses kommt Und mich Voll ekelhaft erschreckt Wo bin ich Jetzt Licht an Licht an Licht an Licht an So Jetzt bin ich da Ach du Kacke Es geht immer weiter Immer weiter Immer weiter Geradeaus Immer weiter Und einmal rum Und hier ist auch nichts Och Mann Das nervt mich Das nervt mich Lalalalalala Ich bin nur nichts Ach Leute Licht an Du olle Pflaume Was war das denn jetzt? Oh Wow Hat mir da gerade eine Gänsehaut Über den Löhöhöhö Ich bin aber auch schreckhaft Wo bin ich jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht Ich habe mich verlaufen Ich bin wahrscheinlich bei dem Eckteil, oder? Nee Ich habe keinen Plan, wo ich bin Ach, da bin ich Wenn ich da lang laufe, komme ich nach rechts in so einem Gang Oben rechts bin ich jetzt auf der Karte Warum genau? Jetzt bin ich auf die Karte gekommen Was ist das denn? Na ganz herrlich Und welche Kombination brauche ich dafür Die ich nicht habe Ich muss hier in dem Scheiß Irgendwelche Rätsel lösen Die ganze Zeit Und Och Gott Ich bin doch viel zu blöd für sowas Könnt ihr mir doch nicht antun Tro lo lo Tro lo lo Tro lo lo YOLO! 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 Apfelkäse! Wo zur Hölle was und wie? Weshalb, warum? Ich weiß es nicht. Es kann doch nicht wahr sein, ey. Ah! Was war das? 0732? 0732 Ich hab den Code vergessen. 03 7 2 Äh, Mann, nee! 0273 2 Nein, 7 7 3 0 2 Ach, kack doch drauf! Scheiß, kack, Bums, Dreck! Hab ich vor lauter Erschrecken hier den scheiß Code vergessen. Ich hätte ihn mir aufschreiben müssen. Dreck, scheiße! Kack, Spiel! Will nicht mehr! Ich trau mich nicht! Ich erschrecke mich bloß wieder! Wo muss ich denn jetzt lang? Ich hab mich verlaufen! Ich bin wirklich verlaufen! Hätte ich das mal vorher gewusst! Och, mach das Licht an! Du olle Wichsbirne! Blut! Ah! Oh, scheiße! Ich bin hier schon wieder! Okay, muss ich da lang! Oder so! Mach das Licht an! Oh, Fick! Genau, hier war was! Da war was! 0732 Hatte ich doch! Hä? Hab ich nicht 0732 eingegeben? Langsam macht mich das Spiel wahnsinnig! Das ergibt keinen Sinn! Leute, ich will nicht mehr! Blut! Blut! Räuber wollen Blut! Eingeweide, Fick kennen! Oder so! Nein, eigentlich nicht! Meine Maus klebt schon wieder! Ich hab keinen Bock mehr, Leute! Ich erstreck mich hier bloß! Ist da was? Ich mach jetzt hier! Ich mach jetzt hier meine... Ah! Da war was! Ich hab grad auf den Boden geguckt! Nein, das war was zu flackern! Ich bin zu blöd für das Spiel! Ich will das nicht! Ich hab Angst! Äh! Ich, äh! Möchte, dass ihr mir eine Videoantwort schickt und bezeigt, wie man das macht! Ich hab das mit dem Code nicht verstanden! Ich hab doch 0732 eingegeben! Oder wer das hieß! Egal, äh! Ich, äh! Beende das Spiel jetzt hier! Äh! Es war sehr schön! Ich hab mich oft erschrocken! Ich, äh! Will das nicht weitermachen! Ich verstehe das eh nicht! Also, liebe Leute! Auf ein baldiges Wiedersehen! Schickt mir Videoantworten! Oder sagt mir, wie man es richtig löst! Mit dem Code! Ob ich da was falsch gemacht hab! Dann versuche ich es vielleicht doch nochmal! Aber so irgendwie ist mir das grad ein bisschen zu blaaa! Ich hab mich nicht darauf eingestellt, dass es irgendwie... Das ist... Das ist so... Keine Ahnung! Man stirbt ja nicht, aber... Keine Ahnung! Scheiß drauf! Tschüss! 16. 17. 17. 20. 21. 20. 20. !